und die dazu beitragen, dass chronische Entzündungen zur Ausheilung gebracht werden können und dass akute Entzündungen möglichst gar nicht erst chronisch werden. Herzlich Willkommen zu meinem Video und ich hatte Ihnen ja schon angekündigt, dass ich mich um die ProResolving Mediatoren kümmern möchte. Und während ich Ihnen heute zunächst mal die Grundlage vermitteln möchte, werden wir im Verlauf dann auch Indikationen im weitesten Sinne besprechen, jeweils mit dazugehörigen Studien, wo man Zusammenhänge zu verschiedenen chronischen Entzündungen und Krebserkrankungen eben durch Studien gezeigt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Omega Pufa Pufa ist Polyunsaturated Fatty Acids, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und die wichtigsten, die wir in diesem Zusammenhang brauchen, sind die Eicosapentaensäure und die Dokuhexainsäure aus der Omega-3-Gruppe. Es gibt aber auch die Arachidonsäure aus der Omega-6-Gruppe. Und das ist dann die Arachidon-Kaskade. Und wenn wir uns die EPA und DHH hier anschauen, dann gibt es welche, die mit Aspirin, was ja manche Menschen einnehmen, und ohne Aspirin aus dieser Ausgangssubstanz ein Zwischenprodukt machen. Hier 18 Hepe und bei dem DHA 17 HDH, um dann mit weiteren Lipoxinen-Enzymen, also 5-Lipoxygenase und 12- und 15-Lipoxygenase, in beiden Fällen weiterverarbeitet werden, in die sogenannten Resolvine. Also die Stoffe, die in manchen Studien auch als Specialized Pro-Resolving Mediators bezeichnet werden und die dazu beitragen, dass chronische Entzündungen zur Ausheilung gebracht werden können und dass akute Entzündungen möglichst gar nicht erst chronisch werden. Und wie Sie schon erkennen, sind diese Stoffe, also diese anti-entzündlichen Stoffwechselprozesse nur dann möglich, wenn diese Omega-3-Fettsäuren auch da sind. Und wie Sie erkennen, ist hier nicht die Alpha-Lidolin-Säure aus dem Leinöl dabei, sondern es ist ganz klar und eindeutig EPA und DHA. Das kommt aus dem Algenöl und wenn Sie es aus dem Fisch nehmen, kommt es auch aus dem Algenöl, denn der Fisch hat Fische oder Krill oder sowas gefressen, die auch vorher Algen gefressen haben, die im Grunde genommen diese EPA und DHA gebildet haben. Und wenn Sie Wildfleisch essen und die dann auch im Grunde genommen Moose und Farne essen, also sowas Algenähnliches, da findet man das auch und dann findet man in diesen Fleischsorten auch mehr von diesem EPA und DHA. Und hier unten im Bild sehen Sie, dass hier auch bestimmte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren drin sind. Und die wiederum haben offensichtlich eine Bedeutung auch bei den neutrophilen Granulozyten, also an der vordersten Front der Immunabwehr, des angeborenen Immunsystems, bei den knochenabbauenden Zellen, den Osteoklasten, bei den Kardiomyozyten, also den Herzmuskelzellen, bei der Auskleidung der Blutgefäße, der Haut und auch des Darms, bei Epithelial heißt also immer nach außen hin abdeckend und Endothelial, hier unten aufgeführt wäre, nach innen abdeckend, was also dann zum Beispiel innerhalb der Blutgefäße der Fall ist. Dann sehen wir die Fibroblasten, wir sehen es auch an den Immunzellen der Makrophagen und auch an den Mikroglier, die ja neben der Stützfunktion im Hirn auch eine immunologische Funktion wahrnehmen. Und wir haben die sogenannten Globid Cells. Und bei den Globid Cells handelt es sich um die Becherzellen. Die Becherzellen sind im Magen-Darm-Trakt zu Hause. So, das ist es, warum wir diese EPA, DHA und vor allem die ProResolving Mediatoren brauchen, um hier uns vor chronischen Entzündungen jeglicher Art zu schützen, wissend, dass es nicht das allein glücklich machende Argens ist, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass wir chronische Entzündungen begrenzen wollen. Und das soll es für heute sein. Und das soll es für heute sein.